Er ist zu empfindsam, wie seine Musik. Hört er wirklich nix? Gar nichts, Madame. Er ist stocktaub. Wer von euch ist da los? Wenn ich heute Abend das Hoforchester dirigiere, kannst du mir da mit den Noten ein bisschen zur Hand gehen? Würden Sie den Ludwig unterrichten? Ich glaube, bei Ihnen könnte er noch was lernen. Was hast du alles gespielt? Ja. Und wie hast du das studiert? Na, abgespielt. Was steht hier? Was da steht? Mit acht hat Mozart schon seine erste Symphonie komponiert. Er muss üben, 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 üben. Haben Sie überhaupt je begriffen, was für ein Talent in der Ams anstelle? Heidens in der Stadt. Er will nicht spielen. Der Herr ist ein begnadeter Musiker. Er wird in der Welt noch von sich reden machen. Wer soll sich das anhören? Diese vielen Dissonanzen, diese vielen Stimmen, die nicht zueinander passen. Sie wollen, dass ich die Fucke wegschmeiße. Die Zeiten ändern sich. Es brodelt an allen Ecken und Nähten. Die Stimme der Freiheit ist nicht mehr zu überhören. Und du, du kannst die Begleitmusik dazu komponieren. Was? Die Menschen verletzen, die dich lieben. Ich verletze niemanden. Ich sage die Wahrheit. Mit meiner Musik. Die Dinge ändern sich. Ich wollte das nie wahrhaben. Die Menschen verletzen, 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 die Menschen verletzen Untertitelung des ZDF, 2020